Yo, was geht ab, Freunde? Hey, willkommen zu einem neuen Video von mir an diesem wundervollen Sonntagabend. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, ihr liegt bestimmt gerade daheim. Genießt schön das Video auf eurem Bett oder auf der Couch. Ich befinde mich genau in diesem Moment gerade in der Liga, ja, Richtung... Keine Ahnung, müsst ihr meine Instagram-Story abschauen. Das ist nicht schlecht, werbung kann. Ja, wir sehen, folgt mir. Auf jeden Fall, nee, ich fliege gerade weg. Wir müssen was erledigen. Das erfahrt ihr aber, wie gesagt, alles in meiner Insta-Story. Ja, wir reagieren auf jeden Fall jetzt auf das neueste Video von Pumping Monkey. Tinder, Zürich, Eskalation. In dem Sinne, let's go. Monkey. Uey, yo. Uey, yo. Okay, Leute, wir sind jetzt in Zürich, in der Schweiz. Bist du bereit? Es geht ab, Leute, guckt mal die Umgebung zu. Pervers. Jetzt gibt's was? Ich dachte, sie sagt zu Baba. Tinder. Auf? Meine Art. Meine Art, was ist los mit dir? Auf unsere Art. Auf unsere Art. Normal. Okay, ich mach die Jungs, du machst die Mädels. Nein, ich mach die Jungs. Du machst die Jungs? Ja, ich auch. Okay, es ist ja üblich, aber bevor wir anfangen, check die Jungs einmal ab. Okay, guckt sie euch mal an. Wey, yo. Eine hübsche wie die andere hier. Oh mein Gott. Wow. Guck. Boah, da hat eine freshe Frisur hat er hier. Guckt sie euch mal an, Alter. Und da haben wir unsere Single-Ladies. Wow. Wow. Es ist ja ein paar Cat-Mann da, oder? Also vom vorigen Video. Oh mein Gott. Boah, Rihanna ist auch am Start. Krass, Alter. Boah, die Girls waren auf jeden Fall, ich werde jetzt nichts Falsches sagen. Wir fangen jetzt an. Tinte auf meine Art, ihr wisst Bescheid. Ladies first. Ladies. Stellst du dich einmal vor? Warte, ich geh mal nochmal hier. Kannst du nochmal sagen? Ich bin Rainer, bin 17 und bin trans. Rainer? Ja. Trans? Yes. Seit wann? Also ich habe mich seit einem Jahr geoutet. Okay. Weißt du was? Was hat er gesagt? Der ist trans? Ich war gerade am Licht ein bisschen heller. Hat er gerade gesagt? Ui, ui, ui. Wallah, eine sieht aus wie Vampir, eine ist Transformers. Tamam. Deine Aufgabe ist, check ihn erst mal ab, von oben bis unten. Der nimmt das doch voll ernst, der wird gerade von Transformers bewertet, Digga. Hauptsache, er war bei Lacoste. Tschüss, Wallah, meinte heute, es muss alles von Lacoste sein. Jetzt begründe es. Würdest du ihn daten? Ja, nein. Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Weil, ähm, also sein Style ist okay, aber sein Gesicht ist so hässlich. Das ist schon hart, Digga, wenn man von einer Transe kommt, Digga. Oh, das ist schon hart. Ja, ja, nicht was von einer Frau. Weißt du, ist immer noch ein Mann, Digga. Also ich finde das hässlich. Sein Gesicht ist für mich nicht schön. Also ich finde das gar nicht schön. Er ist einfach hässlich. Was ist so dein Geschmack? Ähm, eigentlich so Leitz gehen oder, ja, Leitz gehen, Locken. Locken? Ja. Was bist du für eine Lands, äh, Frau? Dominikanerin. Dominikanerin. Okay, hören wir uns die Meinung mal von drüben an. Ewa, stell dich mal vor. Scheiße, Rafael. Rafael, ah. Ich bin Portugais. Woher kommst du nochmal? Portugal. Portugal, Ewa. Miss Latina auch, so wie... Cristiano. Wie, äh, sie? Wir sind keine Latina. Ewa, egal, ein Auge zu drücken nachher. Ah, so, ja, check mal die Dame ab. I've been really trying, baby. Würdest du sie daten? Ja, bekundet. Nein. 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 Sie ist ein Typ. Ich brauche eine Frau. Was der meint. Was der meint. Was sagst du dazu? Was sagst du? Ich bin mehr Frau als alle Frauen da drüben. Oh. Was? Er ist mehr Frau als alle Frauen, ja? Nur mal. Also. Nein. Nein. Wir haben ein Nein. Nein. Wir gehen ein Zweiter. Hi. Hallo. Stell dich mal vor. Tufan, bin 19. Tufan? Ja. Woher kommst du? Somalik in Libanesen. Aus Zürich. Kranke kommen wir auf jeden Fall. Zürich? Ja, genau. Okay. Weißt du, was deine Aufgabe ist? Check ihn mal von oben bis unten diesen Gigos. I've been really trying, baby. So. Wie heißt du nochmal? Tufa. Tufa. Ja. Tufa. Begründe es. Würdest du ihn daten? Ja, nein. Ich sehe es. Und von Weitem ist mir zu jung. Ich muss jetzt leider was erwähnen. Was jetzt nicht böse gemeint ist. So. Aber an alle Frauen da draußen, falls ihr euch so kleiden solltet. Ich sage euch ehrlich. Kein Mann ist auf der Suche nach so etwas. Das ist eine schnelle Nummer für eine Nacht. Nicht mehr, nicht weniger. Niemand würde sowas heiraten in meinen Augen. Auch hier so Gesicht, Make-up, alles viel zu viel. Ich glaube auch Kontaktlensen, so wie sie die ganze Zeit am Kaugummi kauen ist. Erscheinungsbild ist für mich sofort schon. Also ich habe schon ein eigenes Bild. Ich will es jetzt aber nicht aussprechen. Auf jeden Fall Frauen niemals so rumlaufen. Glaubt mir, damit habt ihr gar keine Chancen. Ich sage euch ehrlich. Bei einem Mann, das kommt nicht gut rüber. Also für mich, man denkt sich so. Okay, aber ich weiß sofort, sie ist billig. In meinen Augen. Okay, viele werden jetzt sagen, sie kann sich anziehen, wie sie will. Aber in meinen Augen, ich finde einfach sowas ehrlich gesagt billig. So sollte man sich nicht anziehen. Ich merke einfach anhand ihrer Mimmi, wie sie geschminkt ist, wie sie am Kaugummi ist, wie sie sich so gibt. Das ist nichts für Männer. An die Frauen, wollte ich euch schon mal gesagt haben. Falls einige Frauen vorne stecken, das sieht gut aus. Ich muss mich auch so kleiden. Nehmt euch kein Vorbild an sowas. Du jung? Ja. Wie alt bist du? 90. Okay. Ich bin gleich alt, aber ist nicht so mein Typ. Ist nicht dein Typ? Nein. Sieht süß aus, aber ist nicht mein Typ. Okay, korrekt gemacht. Gut, hören wir uns die Meinung von drüben. Ewa. Ewa. Stell dich mal vor. Ich bin Prinz, 19. Oh. Ja, genau, genau, genau. Prinz auf Zürich. Genau, genau, du weißt. Ich bin Designer. Ewa, sieht mein Arches. Check sie mal von unten. Das war mieser Philippin von Wish gerade. Was waren das denn für Schuhe? Würdest du sie daten? Ja, nein, bekundet es. Ganz ehrlich? Ja. Bombe Frau, sag ich ehrlich. Aber hey, nicht beidseitig. Ah, korrekte Macht. Applaus, Leute. Also haben wir ein Ja. Ja, ja. Nein. Nein. Sehr korrekt, gefällt mir. So kann es bleiben. Dann haben wir die nächste. Stellst du dich vor? Ich bin Vincenzo. Schon wieder ein Optimus Prime, oder was? Sachse, ich komme aus Italien und lebe auch in Zürich. Und was, Bruder? Ist er auch Trons? Nein, also ich weiß nicht, was ich genau bin. Was? Sag mir noch, was am herausfinden. Aber einfach er. Du weißt nicht, was die wäre es. Das dritte Geschlecht. Nein. Gib nur zwei. Ja. Okay, check mal Luciano einmal von oben bis unten ab. Bruder, ist das in der Schweiz normal, oder was? Dass so viele Transformers da rumlaufen? Ich bin wirklich trin' Baby. Jetzt begründe es. Würdest du ihn daten? Ja, nein. Nein. Weil er ist ein bisschen klein und das klingt ein bisschen komisch, aber ich stehe nur auf dünne Leute, also Sixpack und... Schöne auf meiner Mutter. Wenn einer etwas verstanden hat, einfach in die Kommentare schreiben. Aber dein Style sieht gut aus. Also ich habe nur Sixpack verstanden. Sixpack? Ja. Also ja, nein. Nein? Nein. Nein? Was ist dein Typ? Ähm, eigentlich auch Marokkaner. Lang, dünn. Lang. Lang. Okay. Dann hören wir uns die Meinung jetzt von drüben. Ewa, was geht ab? Ewa, äh, stell dich mal... Der sieht doch eigentlich aus, die Marokkaner, oder? Yasin, bin 17, bin Marokkaner. Haaah! Und ja, ist nicht mein Typ. Ist nicht dein Typ? Weil es ist trans und es ist hässlich. Du stehst auf Marokkaner? Oder du willst Sixpack, wo... Was ist Sixpack? Oh, nein! Schatz, sagst du, sagst du. Oh, 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 oh! Hä, war das jetzt ein Konter? Oh, da, ***. Ich bin so froh, nur so. Na, alles ist kein Problem. So, Baba Marokkaner, der wartet, die sagt nein, weißt du? Wisst ihr, wieso die nein sagt? Weil die weiß ganz genau, die kriegt Kopf. Hast du noch was zu sagen? Nein, eigentlich nö. Nee. Nein? Es ist schon traurig genug, es reicht. Nein, nein! Gib ihm! Gib ihm! Sag mal noch mal. Du bist schon traurig genug, es reicht langsam. Hör mal zu, ich sag eins, ich sag eins ganz klar. Ah nein, du hast ja ***. Hä, ich hab's ja... Alla, viele haben es labert, ich hab gar nichts verstanden. Also, einfach... Nicht Rap am Mittwoch, Rap in Zürich einfach. Nein. Nein, Bruder, siehst du nicht. Nein. Dafür hab ich einen besseren Charakter als du, Schatz. Du siehst *** aus. Ewa. No, man. Okay. Wie... Wollah, wo hat der jetzt Charakter hergeholt? Boah, was hat der für eine Scheiße hat gelabert? Der wusste, Digga, der weiß nicht nur... Der weiß nicht nur, was der ist. Also, der hat nicht nur keinen Plan davon, ob der Mann oder Frau ist. Der hat auch keinen Plan davon, was er redet. Der labert da irgendeine Scheiße. Wir gehen ein Zweiter. Hey, ich bin Lars. Die haben meinen Kopf gefickt. So viele Transformers hier, Alter. Und ich bin hier mit meinen Schwestern und der Brüder. Und ja. Wer alt bist du? Ich bin 18 Jahre jung. 18 Jahre jung. Check den Playboy mal von oben bis unter. Was? Was? Äh, ja. I've been really trying, baby. Wey, yo. Dass man sich aber so freiwillig vor einen Transformers hinstellen, ne? Da muss man auch erst die Eier haben, Digga. So, das kommt auf YouTube. Die stellen sich davor und lassen sich bewerten und kriegen noch einen Korb, Digga. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Also, ich mag nicht so fettige Haare und nicht so Typen, die so nach Schweiß riechen. Ach, jetzt, breitere. Was? Oh, ey. Also, nein. Nee, nicht so. Was ist denn dein Typ? Ähm, attraktiv. Attraktiv. Ja. Und er ist es nicht. Nein, nicht für mich. Also, Philipp, ich bin irgendjemand, aber nicht mich. Ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Aber ich find's irgendwie schon dreistiger. Ja, nee, das sind nicht mal Frauen, das sind Männer, ne? Die sich versuchen, als Frauen auszugeben, ne? Die daran aber gescheitert sind. Kurze rote Haare, ich komisch, weißt du? So, ich will gar nicht wissen, wie Gesichter aussieht. Nicht böse gemeint. Aber dann... Ups. Aber dann so groß zu reden nach dem Motto, die wären Kylie Jenner und sagen, ah, überall was zu bemängeln, das und das gefällt mir nicht, nix für mich. Ja, Digga, also... Vala, versuch mal überhaupt einen zu finden, ne? Wer soll denn sowas nehmen, frag ich mich. Gut, ey. Ever, hey, was geht ab alle? Hey, va. Hey, va, nächste Mal, okay. Immer, check ma die, die, die cahe von unten, bis unten ab. Valla, komm mit dir mal. Komm mit dir. Walla, komm mit dir mal. Bist du 13 Jahre alt bist du? Nein, 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 valla nein. Nein, nein. Nein, komm mit dir als... Transe. Nu transe. Transe? Oder... Schatz. Oder... Kudasat! Eifer Tramsen gegen Frankfurter Aslachse. Das hätte ich niemals gedacht in Zürich. Geht mal auseinander. Auseinander bitte. Ich will ein anständiges Tinder, aber es klappt nicht. Und hier ist nichts geplant. Es passiert einfach. Ich hab den allen. Ich hab allen vor der Kamera gesagt, ich will ein stylisches Tinder. Wenn er nicht dein Typ ist, wenn sie nicht dein Typ ist, macht es stylisch. Aber bitte nicht beleidigen. Hey, wir machen weiter, komm. Du warst dran, gell? Okay. Stell dich mal vor. Ich halte sie leider. Ich habe Hochdeutschreden. Türkin? Ganz Hochdeutsch. Wenig. Weißt du, was deine Aufgabe ist, sie leider? Ja, ihn bewerten. Genau, check ihn erstmal von oben bis unten. Jetzt sag es. Würdest du ihn daten? Ja, nein. Kann sein, dass sie ja sagt? Begründet. Nein, weil ich auf Frauen stehe. Das kann doch nicht wahr sein, ja? Der eine ist ein Mann. Der eine weiß nicht, was da ist. Der eine ist eine... Die eigentlich steht auf Frauen. Bruder, wo leben wir denn hier, ja? Waller Schweiz, was ist denn los mit euch, ja? Alter Schwede. Ey, Digga. Also, ich hätte echt vor, um in die Schweiz zu kommen. Aber wenn das so weitergeht, dann habe ich gar keine Interessen mehr. Wenn da nur Transformers rumlaufen, nee, lass mal dann. Okay, wer wäre hier dein Geschmack? Nein, alle gleich. Okay, wir fragen mal. Was? Die Leute, alle die Leute. Okay, wir fragen mal drüben. Ewa, check die, check die erstmal von unten bis unten ab. I've been really trying, baby. Ewa, würdest du die... I've been biggie mit Nike-Shops. Allah, was ein Style. Ähm, daten? Begründet es, ja oder nein? Nein, ich würde nicht daten. Warum? Weil ich... Wie alt bist du? 17. Wie alt bist du nochmal? 18. Die ist 18, ein Jahr älter. Nein. Okay, nein, nein. Korrekt geblieben, Ewa. Was war der Grund? Weil ich stehe so auf Leitzkens und so. Waller, hox und will das. Ja. Und auf. Araberinnen. Araberinnen? Ja. So wie Huda. Und Latinas. Und Latinas. Du wolltest irgendwas sagen? Zu dir, Schatz. Ich lang die Gähne, du Stück. Was hat die gesagt? Der oder die oder das hast du gemacht? Du wolltest irgendwas sagen? Zu dir, Schatz. Ich lang die Gähne, du Stück. Ich hab keinem was verstanden. Period. 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 Guck mal, ich bin euch ehrlich. Ich bin euch ehrlich. Deswegen Abstand, Allahi. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Aber so. Jeder darf machen was. Der oder das ist mein Mann. Der oder das ist mein Mann, always. Der Du. Fang mal, schmink der Agli. Denn ich sehe mehr Frau als Du aus. Und du bist Aschi nicht eine Frau. Aber wenn ich dich wie ein Mann mach. Und statt mich mal gerade Agli. Ex- Was soll ich dazu sagen, Digga? Was soll ich dazu sagen, Digga? Was eine Blamage. Das Problem aber ist, dass dieser eine Transformers, dieser Typ, der Mann, der da so wachsen macht, aber er ist immer noch ein Mann, er darf gar nicht so ausrasten, handgreiflich werden, weißt du? Auf der anderen Seite, ja, der hat Huda mundtot gemacht. Huda kann gar nicht argumentieren, macht einfach nur die Handbewegungen. Wallah, ist auf jeden Fall ein kleiner Skandal gerade hier. Was soll ich sagen? Der behinderte Wallah, das ist doch, Digga, was ist los mit denen? Mein Vater. Ich habe gesagt, es ist eskaliert, Gesicht verbauten. Nur mal. Warte mal, warte mal, ich muss bitte mal... Hab ich das? Ich glaube, ich glaube, ich habe... Hab ich das? Was sagst du dazu? Chinil! Hey, hey! Kommt ihr auf, ich komme hier. Ey, Leute, auf jeden Fall hier ist ein bisschen so viele Leute, auf jeden Fall. Leute, ruhig, ich wollte ein stylisches Tinder. Ist das okay für dich, das Video? Ja, ja. Für dich auch? Ja. Ist das Video okay für dich? Ja, ja. Für dich auch? Ähm, ja, eigentlich schon, aber ich wollte auch noch was sagen. Was wolltest du sagen? Ähm, und zwar, eigentlich habe ich die Schwester echt gefeiert, aber ihr Charakter ist so billig wie ihre Tallyway-Jeans. Und mit so einem Gesicht sollte man nicht so viel sagen, weil sie ist männlicher als wir alle zusammen. Ist das für dich auch okay? Hä? Das Video. Ja, alles okay. Einfach, ich würde nur mal gut sagen, sie ist mega peinlich, aber wirklich. Warte mal, warte mal, ich stehe ein bisschen ab, wieder geil. Hey, wir beenden jetzt das Video. Okay, ich habe es versucht. Das war es mit Tinder Zürich. Ich werde euch doch alle besuchen. Also, ja, wenn sich da nicht mindestens zehn Leute mit Corona infiziert haben, weiß ich auch nicht weiter, Digga. Ey, krass. Ja, ich war jetzt auf jeden Fall crazy drauf, ne? Hätte nicht gedacht, dass da so viele Transformers leben, ne? Bin ich gerade echt schockiert. Ich fand es sehr lustig, valla, ein bisschen peinlich, sehr lustig, Transformers gegen Frankfurter Aslaks. Ich finde es aber, wie gesagt, auch unfair, weil das sind immer noch Männer, die dürfen sich gar nicht beefen. Also, okay, gegenseitig argumentieren und so kann man aber nicht handgreiflich werden. Da hat man ja kurz gesehen, ne? Dass da irgendwas kam, keine Ahnung, Antritt, was auch immer. Aber, naja, ja, das war es mit dem Tinder Video. Schreibt auch immer in die Kommentare. Haut rein, Freunde. Ey, wow. Es ist wieder Zeit. Die Woche ist vorbei und es ist wieder Zeit. Ey, wow. Es ist Weekend Time.